Musik Ich bin ein selber gelernter Koch und deswegen habe ich einen großen Fable für natürlich so handgemachte Dinge. Ich weiß, was gute Qualität ist im Bereich Lebensmittel und was auch wirklich für einen Unterschied dahinter steht im Verhältnis zu industriell gefertigter Ware. Musik Wir haben zum Beispiel den Werksverkauf finalisiert, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wir bauen die Büros neu aus und sanieren die alten Büros. Wir haben den neuen Laden am Hackischen Markt angemietet und dort mit einem Pop-up-Store gestartet. Für uns hier ist Energieverbrauch ein großes Thema. Auf der einen Seite müssen wir heizen, damit unsere Schokolade fließt. Auf der anderen Seite müssen wir kühlen, damit unsere Produkte frisch bleiben. Wir haben inzwischen ein neues Aggregat angeschafft, was uns hilft, in der Klimatisierung, also im Kühlen, epizienter zu werden. Musik Bei unserem Flagship-Store ist es so, dass wir die Ladenfläche angemietet haben und im Moment eine Pop-up-Variante anbieten. Allerdings ist die Fläche normalerweise bedeutend größer. Das heißt, dass wir eine große Pralinen-Tilke dort planen und das ganze Thema Praline einfach komplett neu angehen wollen. Wir wissen schon so viel, dass wir in Richtung Drama gehen wollen. Das ist das, was zu Berlin passen würde. Wir wollen einen absolut überraschenden Aspekt bieten, dramatisch und ich würde sagen, vielleicht auch sowas wie sündig soll es sein. Musik 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 Musik